So, nach und nach hier alle ausschalten, ganz wichtig. Okay, er scheint der letzte da oben zu sein. Boah, Glück gehabt. Erstmal schnell die andere Knarre sichern. Okay, zurück auf den Controller. Oh, er ist aber schnell hier. Boah. Die zerschießen mir hier ja noch den ganzen Fahrstuhl. Ja, jetzt sind wir echt kurz vorm Ende. Jetzt bin ich mal gespannt, wen wir gleich da draußen antreffen werden. Ich bin zum Glück gut bewaffnet. Und bin auch schon ein Stück weit gespannt. Aha. Jetzt gibt es noch ein paar Infos zur Scherbe. Es hat über 100 Stadtwerke mit Geschäften und Unanheiten, darunter auf die Berufs- und Bürgermeisterung. La, 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 la. Die Scherbe bietet einige der spektakulärsten Ausblicke auf die Stadt. Leider ist das Fotografieren in den Stadtwerken 90 bis 110 nicht gestattet. Was? Man darf hier nicht fotografieren? Ah, verdammt. Und gerade heute habe ich meine neue Kamera dabei. Ja, jetzt halt die Fresse hier. Ich will raus. Achso. Okay. Ich glaube, ich muss an dieses rote Ding da ranspringen. Und dann da drüben zu der Treppe hinkommen. Aber die Frage ist nur wie. Und am besten noch lebt. Nein! Ich kann hier schon wieder durchklettern. Das gibt es doch alles nicht. Ich fühle mich schon wieder in den Tod. Ich will die F, wie tief die diese Map hier gebaut haben. Nanometer. Ist was Rotes und ich kann da irgendwie nicht ran. Ist es irgendwann geradeaus hier? Ne. Ist das überhaupt was zum Randspringen da? Ja, sieht auf jeden Fall mal so aus. Aber immer wenn ich springe, bin ich tot. Ja, machen wir es doch einfach so. Das funktioniert. Was das Rote da sein soll? Naja, keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich jetzt... Ah. Für diesen Part jetzt hier. So. So. Oh, scheiße. Mitten in den Aufzug reingesprungen. Okay, die Aufzüge sind dann hier wohl... Sowas wie die zweite Gefahr, sag ich mal. So, aber nicht für mich. Nicht jetzt. Nicht heute. Nicht hier. Okay, das war jetzt irgendwie doof. Boah, nochmal das alles. Naja. Sind wir ja schon gewohnt, hier Sachen zwei-, dreimal zu machen. Ui. Ja, schon beinahe wieder schief gegangen. Hm, okay. Also irgendwie... Entweder springe ich weniger. Oder ich, äh... Versuche direkt am Rohr zu landen. So, kurz warten, bis der Aufzug da runter ist. Jetzt. Und... Scheiße. Ach, ja. Ach, ja. Dabei soll ich eigentlich nach oben. Gerade komme ich hier bloß noch nach unten. Scheiße. Ah, meine Hände sind auch so glitchig. Das ist jetzt schon echt blöd. Ne. Aber jetzt machen wir das hier noch... Zu Ende machen wir das hier. Boah. Schwein gehabt. Was war das? Ach so, ich hab mich da... Ah. Ich hab mich da nur... an der Wand festgehalten. Ich war noch gar nicht richtig drüben. Ich hab mich da nur 1a noch... noch dran festhalten können. Oh, wieso starte ich denn eigentlich immer hier? Das... das nervt langsam ein bisschen. Ich lasse Spiele, wo ich selbst keine Quick-Saves machen kann. Dann hätte ich hier nämlich viele Probleme nicht. Boah. Wieso springst du immer, immer, immer so weit? Das nervt voll. Würde sie nur... Würde sie nur bis dahin springen, wo ich sie gerne hätte? Dann würde ich hier auch überleben. Ich würde jetzt dieses Spiel ganz gerne... zu Ende bringen. Ich spring jetzt hier... Ich spring jetzt hier so schräg. Äh, äh, das gibt's doch nicht. Ich spring schon wieder zu weit. Oder mach ich da irgendwas falsch? Jetzt guck ich mir mal das da mal genauer an. Genau. Nachdem ich nochmal gestorben bin. Also zum Glück hab ich im echten Leben nicht so viel Leben wie die Kate. Oder nicht so einen komischen Deppen, der mich steuert. Okay, also er zeigt mir ja nicht jetzt hier auch einfach loslassen. Nee, zeigt er nicht. Okay. Zeigt er nicht. Das Spiel hat mich nur getäuscht. Oh, das ist so abnervig gerade hier. Oh, das ist so abnervig gerade hier. Ach. Oh, jetzt. Sorry, Leute. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ach, Mann, ich will jetzt hier auf die andere Seite rüberkommen. Und das Ganze bitte ohne... Unendlich viele Tode. Ich musste ja auch mal wieder von einem Fahrstuhl erwischt werden. Lief ja auch jetzt die Runden zu gut. Ich bin gerade etwas abgenervt. Aber ich hab noch diese Motivation, weil ich weiß, dass das Spiel nach dem Level zu Ende ist. Jetzt hab ich noch diese Mega-Motivation. So, wenigstens das jetzt mal geschafft. So, Lüftungsschächte. Juhu! Ich war schon lange nicht mehr in Lüftungsschächten. Okay. Oh, no. Oh, no. Jaja, kurz abwarten hier. Auf Nummer sicher gehen und dann springen wir los in den Tod. Ich hoffe, ich hab jetzt einen anderen Quick-Safe-Point. Ansonsten fress ich hier irgendwas. Am meisten dieses Spiel. Ich hasse es, wenn Games zum Ende immer nochmal so Nerven aufreiben werden hier. Weil, weil halt. Weil ich es langsam auf dem Level bin, wo ich auch gerne mal Schluss machen würde. Aber ich weiß, es wird noch dauern. Ach ja, so, dann schunkeln wir erst mal eine Runde. Und... 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 So... Ja... 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 Und drin. Ey, willst du mich jetzt verarschen, oder was? Ja... Ja... Um, ja. Dazu stelle ich nur eine Frage. Also, das kann ich mir noch vorstellen. Das auch noch. Ja. Ah, okay. So wahrscheinlich. Okay, so wahrscheinlich jetzt weniger. Ah, ja. Ah, ja. Also, hier empfinde ich jetzt nix. Ach, Mist. Aber das könnte theoretisch was werden, dieser Move. Also, wenn es überhaupt jetzt so stimmt, was ich jetzt hier gerade mache. Ah, Mist. Ja, ich will da oben dieses rote Dinge erreichen. Okay, so wird es natürlich nix. So auch nicht. Definitiv nicht. Oh, Mann. Okay, das war jetzt irgendwie strange. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Ich will wissen, wie ich das gemacht habe. Hä? Das hat es mir halt nicht doofes Spiel. Okay. Also, ich weiß auf jeden Fall, wie ich jetzt in diese scheiß Stange rankomme. Nämlich so. Also, ähnlich wie ich es gerade gemacht habe. Ich muss ja nur schauen, dass ich dann da oben nicht wieder panisch irgendwelche Knöpfe drücke, äh, mit denen ich dann wieder loslasse. Ich bin gerade wieder in der Arcade-Trotz-Phase. Ich wünsche mir, mich jedes Mal einfach daran festzuhalten. Okay, aber nein. Wir kriegen das hin. Ne, das ist nicht schaffbar. Ah, doch, aber was anderes ist bestimmt schaffbar. Nämlich das hier. Ich glaube, das ist dann der wahre Weg. Nämlich hier lang. Ja, genau. Oh, sehr gut. Meine Fresse, es war jetzt ja schlimmer als eine Geburt.